Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau. Der Kontakt mit nur einer Spore ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnte er es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie? Nur so können wir Ions aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Standort. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Das Spiel ist eine alte Holzfabrik in Bulgarien. Wir schließen dann am Treffpunkt mit Kormick und seinen Leuten auf. Drei Minuten bis zum Ziel. Du hattest recht wegen Ions. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tacken. Wie in alten Zeiten, ne? Geht mit 4 Weiber 5-3. Sind getroffen. Atlas ELP. Fuck. Exos-Versagen. System ausfallen. Wir gehen runter. Festhalten. Komm. Spreng. Da sind sie! Beeilung! Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Los, los, los! Los, los! Los, los! Los! Exos-Versagen. Exo, fährt noch hoch! Er kreist ein Heli! Komm schon! Hier rauf! Bewegung! Warte! Na komm! Exo bereit! Tarnung! Der Heli zieht ab. Wir können los. Wie sie auf meine Signatur synchronisieren. Sein Feind nähe langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne! Nicht bewegen! Geise! 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 Zellen achten. Bewegung leert sie. Patrouille nähert sich. Übernimm den vorne. Jetzt langsam. Ausschalten. Wir sind aufgeflogen! Wir haben drei Tote an der Absturzstelle. Wir haben zwei Drücken auf der Flucht. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin, hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht, benötigen sofortige Evakuierung. Negativ, Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Wir sind aufgeflogen! Wir nehmen schwere Verluste! Feinkunden! Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin, hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht, benötigen sofortige Evakuierung. Negativ, Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Moment. Lade auf. Cormac und Nox sollten schon am Treffpunkt sein. Bewegung. Zwei im Fahrzeug. Stummladung platzieren. Erledigen wir sie schnell. Übernimm den Passagier. Nicht bewegen. Drei. Drei. Zwei im Fahrzeug. Drei. 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 Wir sind aufgeflogen! Ich hab ihn im Visier! Spitze! Leise! Aufladen! Okay, los! Konvoi voraus! Moment! Tarmung aufladen! Da lang! Fünf ASTs nähern sich! Da kann man sich nicht durchballern! Deckung suchen! Wir sind fast da! Suche! Dagegen ist Tarnung nutzlos! Weicht dem Strahl aus! Warte, bis die Patrouille durch ist! Auf den Strahl achten! Warte! 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 Wir sind durch! Weiter! Das war's! Kormak! Wir kommen! Verstanden! Warte! 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 Vielen! Holografische Bäume! Zielgebäude voraus! Zwei Wachen bei der Kamera Mitchell, Ziel wählen Sicher Hier brechen wir durch Mitchell, bring uns rein Zwei im Gang Ausschalten Kingpin, wir haben das Zielgebäude infiltriert Und dringen zum Serverraum vor Verstanden Empfangen starken ISR-Feed An den Plan halten Verstanden Über die Treppe Ich gebe Deckung Das ist es Mitchell, geh vor Schon gut Sicher An die Konsole Okay, Jungs Durchsuchen Laufwerke, Daten Alles Interessante Ihr kennt das ja Kingpin, starte jetzt die Analyse Ablink folgt Bereit zum Empfang des Orkets Die beiden da drüben Bingo, wir haben das Paket Übertragung Ablink bestätigt Okay Abfackeln Termit Hier läuft näher als nur Biowaffen Damit kriegen wir eins Alles klar? Paket empfangen Gut gemacht Weiter mit Sekundärspiel Verstanden Rücken zur Chemiefabrik vor Zu mir Achtung 23 Feindliche Passagiere beim Ziel Sie haben eben ein Sensornetz aktiviert Unsere Tarnung ist nutzlos Okay Tarnung ist keine Option mehr Auf Sensoren achten Sie stören unsere Exos Los Ausgescheitert Sensor ist aus Mach sie fertig Links oder rechts markieren Sie dürfen uns nicht festnageln Schwerpunkt Sensor ist unter Schwerpunkt Sensor ist unter Schwerpunkt Du! Sensor ist tot. Sensor ist tot. Sensor ist tot. Sensor ist tot. Sensor in der Ecke ausschalten. Sensor ist tot. 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 Sensor ist tot.